Und für Elisabeth kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar einen Sohn, und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr große Barmherzigkeit an ihr getan hatte, und freuten sich mit ihr. Und es begab sich am achten Tag, da kamen sie das Kindlein zu beschneiden und wollten es nach seinem Vater Zacharias nennen. Aber seine Mutter antwortete und sprach, nein, er soll Johannes heißen. Und sie sprachen zu ihr, ist doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt? Und sie winkten seinem Vater, wie er ihn nennen lassen wollte. Und er forderte eine kleine Tafel und schrieb, er heißt Johannes. Und sie wunderten sich alle. Und sogleich wurde sein Mund und seine Zunge aufgetan. Und er redete und lobte Gott, wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weiß sagte und sprach, gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Du Kindlein wirst Prophet des Höchsten heißen. Denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heiles gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, auf das es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes und richte unsere Füße auf dem Weg des Friedens. Und das Kindlein wuchs und wurde stark im Geist und er war in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er vor das Volk Israel treten sollte. Bon Appetit Lein